Das Thema heute ist die Frage, wie man PMP zertifiziert wird. Ich werde zur Einleitung auch ganz kurz darüber sprechen, wer ist eigentlich der Herausgeber dieser Zertifizierung, wer ist das PMI. Aus diesem einfachen Grund, wenn die Zertifizierung einen Wert haben soll, dann spielt das halt auch eine Rolle, von wem kommt das denn eigentlich, wer steckt denn da dahinter. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, welchen Nutzen es einem selber bietet. Man muss ja Zeit und auch ein bisschen Geld investieren. Was kriegt man denn so raus? Zurück dafür und dann halt den ganzen Prozess besprechen beim Thema Anmeldung, Vorbereitung auf die Prüfung, wissen was zur Durchführung dieser Prüfung und dann werden wir ein Thema kurz ansprechen. Es sind ein paar Änderungen vorgesehen im PMI, die dieses Jahr stattfinden werden. Die eine im Sommer, die andere zum Jahresende, was man darüber wissen sollte, was nicht für immer gilt, sondern was zeitlich befristet ist. Und deswegen möchte ich auch kurz darüber sprechen. Es würde uns natürlich interessieren, aus welcher Motivation Sie hier im Webinar sich angemeldet haben. Wie ist denn Ihr Interesse an einer Projektmanagement-Zertifizierung? Da bitte ich Sie, kurz einfach abzustimmen. Wie Sie sehen, sehen Zertifizierung als Teil der persönlichen Karriereplanung und denken deshalb wahrscheinlich eben auch gerade über eine Zertifizierung nach. Verlangen tut es jetzt hier im Auditorium wohl anscheinend keine, kein Vorgesetzter. Aber wir haben eben auch die Rolle desjenigen, der das für seine Mitarbeiter sich näher angucken möchte. Das war jetzt sehr interessant gewesen, die Antworten. Diejenigen, die das als Teil einer Qualifizierungsmaßnahme für Mitarbeiter betrachtet sehen wollen, denen würde ich einfach empfehlen, mich oder die Project Club nochmal speziell anzugehen. Und da haben wir natürlich auch entsprechende Angebote dafür, dass wir Firmen unterstützen. Aber auch meine Erfahrung ist sie, die Mehrzahl der Teilnehmer, die wir in unseren Seminaren sehen, die kommen tatsächlich aus freien Stücken. Daher die wollen das auch machen und die haben da auch ein Interesse daran. Und ich werde gleich ein bisschen noch über das PMI sprechen. Da sieht man solche Menschen dann auch ganz gern wieder in Rollen als Mitglieder oder als ehrenamtlich Tätige. Da gibt es viele Möglichkeiten beim PMI, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Wie schon gesagt, erstmal ein kleiner Einstieg in die Frage, wer gibt das Ding überhaupt heraus? Der Hintergrund ist der, dass die Bedeutung einer Zertifizierung der Wert einer Zertifizierung für die Person, die das hat, natürlich sehr, sehr stark von der Frage abhängt. Wer steckt denn da eigentlich dahinter? Dahinter steckt das Project Management Institute. Das ist ein weltweiter Verband, hat seine Heim, sein Heimatsitz in den USA, in Philadelphia, Newtown Square. Und die PMI, das Project Management Institute, hat weltweit über 500.000 Mitglieder, eine halbe Million Mitglieder, ist praktisch auf der ganzen Welt tätig. Wurde mal von fünf Gründungsmitgliedern gegründet vor 50 Jahren. Tatsächlich ist dieses Jahr auch das 50-Jahr, die 50-Jahr-Feier für das PMI. Und da gibt es auch eine ganze Menge an Ereignissen, die da stattfinden. Und eine dieser fünf Gründungsmitglieder, einer lebt noch und den trifft man dann auch auf diesen Veranstaltungen. Ich habe ihn gerade am Wochenende gesehen. Und es macht also schon Spaß, da auch dabei zu sein. Und wer am Thema Projektmanagement Interesse hat, wer auch dieses Miteinander in der Gemeinschaft sucht, der ist im PMI definitiv sehr, sehr gut aufgehoben. Es ist wirklich ein Freundeskreis, der sich da auch mit der Zeit gebildet hat. Und auf einer sehr, sehr professionellen Ebene wird da auch unser Beruf, wir sind es ja als Beruf, wird das auch weiterentwickelt. Hier diese internationale Ausrichtung des PMI, also die Top 15 Länder. Und was da drinnen ganz spannend ist, Deutschland ist also auf der achten Stelle da drinnen. Und in Deutschland ist es tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet inzwischen. Wer heute PMP wird, der ist also kein Pionier in diesem Feld. Ich habe es 2001 gemacht und da war ich tatsächlich Pionier gewesen. Aber heute ist man eher einer, der etwas macht, was bekannt ist und was vertraut ist. Man muss es auch Unternehmen nicht mehr verkaufen, warum man zertifiziert ist. Die verstehen das. Als ich es damals gemacht habe, musste ich immer erst erklären, was ist das denn eigentlich, wenn ich mich damit irgendwo vorgestellt habe. Aber wie gesagt, die Zeit ist schon lange vorbei. Es ist weltweit gültig, wenn jemand Interesse hat, mit seinen Befähigungen, mit seinen Kenntnissen mal aus Deutschland rauszugehen und irgendwo sonst auf der Welt als bremischer tätig zu sein. Oder wenn jemand international tätig ist in Lieferantennetzwerken, wo dann Leute aus verschiedenen Ländern mit dabei sind. Alle diese Leute haben den Vorteil davon, dass das einfach so international ausgerichtet ist. Es ist auch tatsächlich die gleiche Prüfung international. Also ich habe Teilnehmer im Ausland trainieren können und ich hatte Teilnehmer, die ich in Deutschland trainiert habe. Die sind dann ins Ausland gegangen. Ich hatte einen Fall mal, der ist nach Japan gegangen, hat in Japan die Prüfung gemacht. Ich hatte mehrere in Singapur und es war überhaupt kein Problem. Vorbereitung in Deutschland, Prüfung woanders. Es ist halt überall dasselbe. Ich habe ja noch eine kleine Grafik dazu, nämlich über Europa, wo in Europa eigentlich so die meisten Mitglieder des PMI zu suchen sind. Und tatsächlich sind wir in Deutschland die größte Gruppe da drinnen mit rund 8300 Mitgliedern und mit einem ziemlich zügigen Wachstum da drinnen. Das brauchen wir auch, weil uns ja die Briten und die Spanier und die Franzosen hier sozusagen auf den Fersen sind und uns auch ganz gerne überbieten würden da drinnen. Aber noch sind wir vorne mit dabei. Also in Deutschland sein und PMI Mitglied zu sein, ist definitiv kein Widerspruch. PMI hat sogenannte Chapters. Chapters, das sind regional ausgerichtete Gruppen. Zum Teil sind das ganze Länder, manchmal sind es auch nur Städte. In Deutschland haben wir vier solche Chapters. Wir haben in Süddeutschland, wo wir hier ja im Moment gerade sind in München. Da haben wir das Southern Germany Chapter. Wir haben ein Chapter in Berlin-Brandenburg in Köln. Und dann haben wir noch das Frankfurter Chapter, das wie so eine Banane so durch Deutschland durch sich hoch bis zur dänischen Grenze hin erstreckt. Da ist es im Moment so strukturiert. Und wir arbeiten ganz eng zusammen in diesen Chaptern. Und wie gesagt, das macht auch sehr viel Spaß da einfach dabei zu sein. Es gibt eine ganze Menge an Veranstaltungen, die beim PMI regelmäßig stattfinden. Gerade aktuell, heute ist der letzte Tag eines Kongresses in Dublin zum Beispiel. Da waren jetzt zwei Veranstaltungen, der Kongress Montag bis Mittwoch. Und davor war ein sogenanntes Leadership Institute Meeting. Da treffen sich die, die beim PMI mitarbeiten. Und da bin ich tatsächlich auch dabei gewesen. Ted Talks werden bei uns demnächst laufen, wie er sich mit denen ein bisschen auskennt. Das sind ganz tolle Vorträge über Projektmanagement, über Führung, über alles das, was uns immer beschäftigt. Agilität, digitale Transformation. All die Dinge sind bei uns also sehr, sehr gut zu Hause. Und es gibt auch Schulungs- und Trainingsmaßnahmen, die stattfinden. Wir arbeiten viel mit Magazinen. Wir haben im Süddeutschland-Chapter ein eigenes Magazin, das jetzt demnächst das ganz deutsche Chapter-Magazin wird. Wir haben Magazine auch im PMI. Und dann ein ganz wichtiges Thema ist Standardisierung. Projektmanagement leidet sehr, sehr stark darunter, dass Begriffe nicht klar definiert sind, dass Begriffe unterschiedlich verwendet werden, dass es Missverständnisse gibt, dass sich die Leute aneinander vorbeireden, aneinander vorbeidiskutieren. Und das ist einfach sehr hilfreich, eine Standardisierung drin zu haben. Und da tut PMI sehr, sehr viel. Und dann werden auch immer noch mal Workshops gemacht, wo es auch unter anderem um die Frage geht, wo wollen wir denn eigentlich hin mit dem, was wir hier tun? Ich habe jetzt noch so ein kleines Bildchen, wie sowas dann bei unserem Süddeutschland-Chapter aussieht. Das war eine Veranstaltung, die wir mal bei einem Unternehmen gemacht haben, bei der Allianz, mit der wir eine ganz gute Beziehung haben. Die PMW-Zertifizierung, wir sprechen über Kosten, Wert und Verbreitung. Der Wert ist ein anderer, ob man in Kundenprojekten drinnen ist oder in internen Projekten drinnen ist. Und deswegen hat dieses Thema für mich ja auch so einen Stellenwert und für die Zuhörer wahrscheinlich ganz genauso. Was habe ich denn eigentlich davon? Und da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ein bisschen was erst einmal zur Anzahl der Zertifizierten. Als ich damals zum PMI gekommen bin, das war 1998, da war das noch eine ganz, ganz exotische Geschichte. Da gab es vielleicht etwa 5000 PMPs. Und es ist dann langsam mehr geworden, weil es auch international auf einmal angeboten worden ist. 2001, bei dem Wachstum 2001 bin ich selber dabei, da habe ich meine Zertifizierung gemacht. Und ich weiß nicht, ob es purer Zufall war oder ob ich Glück hatte oder eine gute Nase. Aber dieses Thema ging dann wirklich durch die Decke und wir sehen, das war eine Entwicklung, die ist unwahrscheinlich. Wir liegen aktuell zum April 2019 bei rund 930.000 Zertifizierten. Also dieses Wachstum, das flacht auch nicht ab, sondern das geht so weiter. Ist für mich wichtig als Trainer, weil es auch meinen Markt darstellt, da lebe ich letztlich davon. Aber es auch einfach zu sehen, wie sich so ein Gedanke, so eine Idee überall durchsetzt und wie die Leute sagen, da wollen wir halt auch dabei sein. Es ist ein sehr spannendes Thema, an dem wir hier drinnen sind. Ich habe hier mal so ein paar Zitate noch dazu, die sind von mir übersetzt worden aus dem Amerikanischen. Aber einige Magazine, einige Zeitschriften, CIO Magazin zum Beispiel, haben so Aussagen gemacht, wie dass es der Goldstandard ist in Projektmanagement-Zertifizierung, dass es sehr begehrt ist bei den Arbeitgebern, zum Beispiel eine der anerkanntesten und gesuchtesten Zertifizierungen in Business und IT. Also ich kann das selber definitiv bestätigen. Ich habe 2001 meine eigene Zertifizierung gemacht und sie hat mein Leben extrem positiv verändert. Ich habe übrigens auch einen Master of Science in Project Management. Der hat mir lang nicht so viel gebracht. Der war deutlich teurer, deutlich aufwendiger gewesen. Da war ich glaube zweieinhalb Jahre dran, drei Jahre. Aber so viel wie der PMP hat es mir nicht gebracht. Also so bang for the buck, wie die Amerikaner es gerne sagen, wie kriegt man den für sein Geld? Das war dann beim PMP einfach deutlich mehr. Und darum geht es auch in dieser Grafik. Es gibt von PMI eine Gehaltsbefragung, eine alle zwei, drei Jahre durchgeführte Gehaltsbefragung. Die hätte ich hier auch bringen können, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, mit einer anderen Quelle hier ranzugehen. Ich denke, die Glaubwürdigkeit ist einfach nochmal ein bisschen höher. Das sind nicht wir, das sind andere, die das sagen. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, die dazu auch regelmäßige Befragung macht. Und wir sehen da drinnen, also der PMP, der ist sehr, sehr hoch bewertet. Durchschnittliches Einkommen wurde bei 80.000. Beantwortet von den Leuten, die die Fragen beantwortet haben beim PMP, war der Durchschnitt bei 105.000. Das heißt, man kann sagen, im Jahr rund 25.000 höher nach den, wie gesagt, GPM-Daten. Die Daten beim PMI sind tatsächlich ein bisschen niedriger, der Unterschied. Da sind wir von unserem, in Anführungszeichen, Wettbewerb, von unseren Freunden und Wettbewerbern, sind wir tatsächlich noch höher bewertet worden. Und ich habe mal hier unten noch eine Zahl rein. Was sollte man sich denn so als Budget setzen? Sofern man bei uns hier in der Project Group das Ganze macht. Und sofern man auch im Münchner Raum zu Hause ist. Also da sind jetzt keine Hotelreisekosten und sowas drinnen. Aber da würde ich sagen, knapp unter 3.000 ist eine ganz, ganz gute Zahl. Da ist eigentlich alles drinnen, was man so braucht. Und damit kann man das Ganze ablegen. In Deutschland neige ich dazu zu sagen, das ist ein überschaubarer Betrag. Ich habe gerade viele Leute wieder getroffen aus Afrika, aus Indien. Da wäre es kein überschaubarer Betrag. Aber bei uns denke ich, ist das etwas, was überschaubar ist. Und bei einem Wert von 25.000 als Differenz zwischen einem Durchschnittswert ohne Zertifizierung und Durchschnittswert mit Zertifizierung, denke ich, das zahlt sich auch sehr, sehr schnell zurück. Also der Business Case, wie man heute so schön sagt dafür, der ist eigentlich relativ schnell gefunden. Es gibt billigere Zertifizierungen, wie wir sehen. Die sind aber hier offensichtlich nicht so effektiv. Und keine Frage natürlich. Man kann es auch teurer machen. Man kann es auch deutlich teurer machen. Da drinnen. Die Kostenangaben bitte ich mit Vorsicht zu genießen. Das ist meine Recherche. Je nachdem, mit wem man so etwas zusammen durchführt, können die auch natürlich mal höher oder niedriger sein. Aber wenn ich Leute frage, so aus diesen verschiedenen Bereichen, mit was muss man denn rechnen? Was sollte man sich so als Budget zurechtlegen? Dann ist das so der Wert, den ich da beantwortet bekommen habe. Und ich denke, die Werte sind, die Aussagen sind ganz zuverlässig hier an dieser Stelle. Ich möchte noch vor einem warnen, PMP machen, dann am nächsten Tag zu seinem Chef gehen und sagen, Chef, ich bin jetzt zertifiziert, ich will mehr Geld. Ich denke, so funktioniert die Geschichte nicht. Vielleicht auch zum Glück nicht. Die Zertifizierung geht eng Hand in Hand mit der Erfahrung, die man einfach hat. Sie hängt auch damit zusammen, dass man einfach mit den attraktiveren, mit den besseren Projekten beauftragt wird. Und das ist wiederum etwas, was sich sehr, sehr stark auf das Einkommen auswirkt. Man ist attraktiv fürs Unternehmen, man ist wichtig fürs Unternehmen. Und ein bisschen Zeit sollte man sich dafür nehmen, dass diese Gehaltswirksamkeit entsteht. Und wir sehen hier in diesem Beispiel, in dieser Grafik, die jetzt wiederum aus der PMI, aus dem Gehaltsvergleich herausgenommen wird. Man hat ja einiges schon an Erfahrung, bevor man PMP wird. Deswegen fängt die blaue Kurve weiter rechts an. Das Gehaltswachstum, was man ohnehin als Projektmanager erfährt, bekommt hier nochmals so einen Triebsatz sozusagen, so einen Zusatzantrieb, wird also höher. Wenn dann die Jahre im Projektmanagement sehr, sehr viel werden, dann wird dieser Abstand wieder etwas kleiner, weil dann einfach die pure Erfahrung das auch ausgleicht, teilweise zumindest ausgleicht, wenn man keine formale Qualifikation vorweisen kann. Man ist lang genug in der Branche drinnen, in dem Beruf drinnen. Also offensichtlich macht man doch irgendwas richtig da drinnen. Und es kommt natürlich dann bei den Unternehmen auch entsprechend positiv an. Wen es besonders interessiert? Es hat einen Wert in internen Projekten natürlich. Da geht es um die Frage des Standing. Da geht es um die Frage, wie man im Unternehmen akzeptiert ist als Projektmanager. Eine schwierige Frage übrigens in der Praxis. Ich will die gar nicht abwerten. Aber ein internes Thema, was schwieriger zu beschreiben ist, was wir sicherlich im Rahmen von so einem kleinen Webinar nicht wirklich beschreiben können. Ganz, ganz anders ist das aber, wenn man in Kundenprojekten drinnen ist. Das war hier knapp unter der Hälfte der Anwesenden, die hier in Kundenprojekten tätig sind. Das heißt, der Job dieser Projektmanager ist jetzt nicht nur, irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, Veränderungen herbeizuführen, Transformationen und die ganzen tollen Begriffe, die wir heute so haben, sondern die Aufgabe ist erst einmal Geld nach Hause zu bringen und dieses Geld auch zeitgerecht nach Hause zu bringen, am Unternehmen können an mangelnder Liquidität auch genauso kaputt gehen, wie an mangelnder Profitabilität. Und das sind so die zwei Dinge, die man sicherstellen muss und natürlich noch den zufriedenen Kunden. Also die Welt ist da auch recht komplex. Hier, dieses ist ein Screenshot aus dem Artikel, den ich vor kurzem in LinkedIn eingestellt habe. Und wer Interesse hat, entweder über die Project Group mal nachfragen, wo ist der Artikel oder einfach mal selber auf die Suche machen, Oliver ist der Artikel da drin. Da beschreibe ich mal, wie das Ganze funktioniert und wie das Projekt Geschäft, das Geschäft, das man für zahlende Kunden macht, wie das auch wirklich von der Zertifizierung profitieren kann und wie man sein Unternehmen einfach erfolgreicher machen kann, wenn man als Contractor für andere Unternehmen oder für Behörden oder Verbände, sonstige Organisationen tätig ist. Dieses hier ist mal der generelle Prozess, den ich empfehlen möchte, hier drinnen zu durchlaufen und der wahrscheinlich auch in dieser oder einer ganz ähnlichen Form von den allermeisten zertifizierten, erfolgreicher Zertifizierten, der von denen durchlaufen worden ist. Ganz am Anfang steht hier erst einmal ein Vorbereitungstraining. Da sagen Sie im amerikanischen gerne dann ein PrEP-Training für Preparation Training. Ich werde manchmal gefragt, macht das nicht schon Sinn, auch vor so einem Seminar sich mal selber vorzubereiten, ein Buch zu lesen oder sonstige Sachen. Meine Empfehlung ist, ehrlich gesagt, es nicht zu machen. Meine Empfehlung ist, an den Anfang des Seminars zu stellen. Wir haben sehr viel sehr spezielle Terminologie, Herangehensweisen an Dinge, iterativ inkrementelle Prozessmodelle und was es bei uns alles gibt. Und man tut sich doch ein bisschen leichter, das erste Mal im Gespräch mit dem Trainer, in der persönlichen, ja es kann wirklich Dialog sein, mehrere Teilnehmer, aber im Face-to-Face-Umfeld, das erste Mal kennenzulernen, sich auf diese ganze Denkweise, Arbeitsweise, die Art und Weise, wie wir hier Prägnischen beschreiben, da erst einmal in dieser Form einzulassen. Und dann stellt man fest, die ganze Literatur wird einfacher. Ich will nicht sagen, dass sie wirklich einfach wird, aber es wird einfacher, weil man weiß, worum es geht, wie hier gedacht wird, was die Begriffe alle bedeuten. Wie ich schon mal gesagt habe, ein großes Problem im Projektmanagement ist auch häufig ein Wirrwarr in der Verwendung von Begriffen. Und Begriff Meilenstein hat drei verschiedene Bedeutungen, wenn man verschiedene Leute fragt. Stakeholder ist ein sehr moderner Begriff bei uns, der hat fünf verschiedene Definitionen, die es dafür gibt. Hier erst einmal eine Klärung herbeizuführen, ein klares Verständnis, so dass man das, was man dann noch weiter auf sich zukommt, dass man das dann auch versteht und damit was tun kann. Das Seminar hat zwei Funktionen. Es geht darum, die Einführung in diese Denkweise, Begriffsweise, Herangehensweise an Projekte. Es hat noch eine zweite Funktion, auf die komme ich nachher zurück. Das Seminar ist wichtig für die 35 Kontaktstunden, die man dem PMI belegen muss. Die meisten haben keinerlei Trainingserfahrung, die sie da irgendwie einbringen könnten. Und das Seminar bringt diese 35 Stunden. Und sie werden hier auch in einer Form bescheinigt, die bei PMI problemlos anerkannt wird. Das nächste ist erstmal ein Grau gemacht, hier beim PMI Mitglied werden. Tatsächlich, wenn man auf die Prüfung geht, die Mitgliedschaft bezahlt sich sozusagen selbst. Man bekommt als Mitglied einen Rabatt für die Prüfung. Dieser Rabatt ist höher als die Mitgliedsgebühr. Also wahrscheinlich hört man es bei mir, dass ich gebürtig Schwabe bin. Das ist so das klassische Schwabe-Argument. Es kostet halt nichts. Es kostet nichts. Und das wäre ein Argument dafür. Ich denke, es gibt noch viele weitere Argumente. Das Wichtigste ist, dass man Zugriff auf Materialien bei PMI bekommt, die halt für Mitglieder nur bestimmt sind. Und für die, die an sowas Spaß haben und die mit sowas gerne arbeiten, da gehöre ich auch dazu. Man wird einfach auch Teil einer Community, einer Gemeinschaft von Leuten, die das Gleiche denken, die für das Gleiche stehen. Und die meisten von denen sind auch zertifiziert. Also was außerhalb von PMI so exotisch wirkt, ist da drin auf einmal völlig normal. Und ich finde es doch immer wieder sehr, sehr spannend, einfach auch hier mit den Leuten zusammen zu sein. Aber wie gesagt, das Hauptthema ist Zugriff auf bestimmte Mittel, die von PMI kommen. Zum Beispiel auf online, auf PDF-Versionen von Büchern. Die Teilnehmer bekommen hier auch im Seminar Bücher gestellt. Aber da gibt es halt auch was dann in online als PDF-Datei. PDF ist vielleicht zum Lesen nicht so angenehm. Kann man für sich selber entscheiden. Wo es auf jeden Fall überlegen ist, ist bei der Recherche. Man tut sich so leicht mit Suchfunktionen zu recherchieren. Und wie kommt man an sowas ran? Naja, man ist Mitglied im PMI und lädt sich dann einfach kostenlos runter. Also die Empfehlung möchte ich auf jeden Fall geben. Und ich habe viele erlebt, die sind wegen ihrer Prüfung erst einmal Mitglied geworden und dann jahrelang hinaus als Mitglied geblieben. Ich denke, viele, die bei uns in Süddeutschland hier aktiv im PMI und im Süddeutschland-Chapter sind, die sind auf diesem Weg auch zum PMI dazu gestoßen. Dieser rote Balken Application betrifft die Anmeldung. Da gibt es ein sogenanntes Dashboard. Da gibt es so eine Umgebung, in der die ganze Anmeldung durchgeführt wird. Da habe ich nachher noch ein kleines Screenshot dazu. Ein sehr angenehmes Thema bei PMI ist, dass diese Anmeldung relativ einfach geworden ist. Ich sage gleich vorneweg, die Prüfung, auf die man sich am Ende einlässt, ist eine schwierige Prüfung. Die Anmeldung zur Prüfung ist eine einfache Prüfung. Als ich 2001 meine Prüfung abgelegt habe, war auch die Anmeldung schon eine schwierige Herausforderung, das Ding überhaupt zu meistern. Ich bin da zwei Tage dran gesessen. Heute haben wir eine Softwarelösung dafür, dieses Dashboard. Und das sagt uns immer ganz genau, was wir noch tun müssen, was wir schon erledigt haben, ob das reicht, was wir gemacht haben und was noch fehlt. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Das ist toll gemacht. Da ist auch ein langer Entwicklungsprozess dahinter. Aber das Ergebnis ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut da drinnen. Diese Anmeldung kann man schon während oder auch schon vor des Seminars beginnen, dass man die ausfüllt. Abschicken kann man sie aber erst, wenn das Seminar abgeschlossen ist, wenn man die 35 Stunden als Voraussetzung zur Prüfungszulassung da braucht und da eintragen muss. Und die müssen halt in der Vergangenheit liegen. Hier steht noch etwas von einem Audit drinnen. Die Anmeldedaten werden erst einmal ungeprüft von PMI angenommen. Man erfährt irgendwann, ja, das ist alles da und es ist so okay, was man PMI erzählt hat. Da passt man eigentlich ganz gut in dieses Bild rein, was ein Projektmanagement für uns ist. Übrigens helfe ich den Teilnehmern hier auch, das so zu formulieren, dass sie da eine positive Rückmeldung bekommen. Es geht nicht darum, die Teilnehmer zur Lüge zu bringen, aber einfach Missverständnisse zu vermeiden an dieser Stelle. Dass nicht irgendwas auch in der Prüfung drin steht, was von dem Prüfer beim PMI, der das gegencheckt, was bei dem irgendwie falsch verstanden wird. Tatsächlich habe ich sowas auch schon gesehen, dass Missverständnisse da Probleme gemacht haben. Da helfe ich gern dabei. Das ist ein Angebot und das hat sich auch tatsächlich sehr bewährt. Dieses Audit, was hier steht, ein Teil der Anmeldungen wird nochmal geprüft. Es wird jetzt weniger geprüft, ist das die Person, die wir als Projektmischer betrachten würden. Das wird geprüft, sind die ganzen Angaben, die man da in der Anmeldung gemacht hat, sind die eigentlich korrekt. Das heißt, jetzt muss man Belege einreichen. Ein Teil dieser Anmeldedaten sind Erfahrungen, die man gesammelt hat. Man war also in Projekten drinnen, hat daraus Erfahrung mitgebracht. Das muss man sich bestätigen lassen durch eine Unterschrift von einem ehemaligen, vielleicht ist es heute noch, ein Supervisor, ein Vorgesetzter zum Beispiel. Wer in Kundenprojekten drin ist, kann auch mal jemand vom Kunden zum Beispiel sein. Jemand, der einfach in der Rolle ist, bestätigen zu können, Herr oder Frau Müller haben die und die Angaben über Projekterfahrung gemacht und diese Angaben sind so richtig. Darum geht es im Audit und es geht dann mit unterschriebenem Papier per Schneckenpost an PMI zurück. Also dieses Audit kann tatsächlich im schlimmsten Fall auch mal ein paar Wochen dauern. Das Problem ist dabei weniger das PMI, das die so lange brauchen. Das Problem ist, ob die Teilnehmer alle ihre Daten so zusammen haben, ihre Unterschriften so zusammen haben, dass sie es an PMI absenden können. Auch da helfe ich ein bisschen, wie man sich darauf vorbereitet, dass man im Falle eines Audits, das doch relativ schnell durchläuft und da hat es nicht zu viel Zeit da drinnen verliert. Mit oder ohne Audit, je nachdem man ausgewählt wird, der große Wunsch, das große Ziel an der Stelle heißt Eligibility. Das ist die Zulassung zur Prüfung, wenn man diese Eligibility hat, dann kann man also sich an den Test heran machen. Weitere Dinge, die ich an dieser Stelle empfehle, die Teilnehmer bekommen von uns ein Buch gestellt, das nennt sich abgekürzt Pumbock Guide. Das ist eine ganz komische Abkürzung für Project Management Body of Knowledge. Und da der Project Management Body of Knowledge jetzt erstmal nicht nur ein Buch ist, sondern eher eine ganze Bücherei ist. Es ist der Guide to the Project Management Body of Knowledge, also ein Führer durch die Bücherei. Wir nehmen uns eine freundliche Person und die zeigt uns in der Bücherei, was wir wo finden. Ich kann mich noch an meine Studienjahre erinnern, da gab es diese Person mal tatsächlich. Da sind die Karteikasten, da ist dieses, da ist jenes. So geht man damit um. Und sowas ähnlich ist eigentlich dieses Buch aus. Auch, es ist relativ dick, es ist nicht einfach zu lesen, um es gleich zu sagen. Aber nachdem man im Seminar gewesen ist, tut man sich doch relativ leicht damit, weil man die Terminologie kennt, weil man die Denkweise kennt, die da drinnen ist, die übrigens sehr, sehr dynamisch ist. Da steckt enorm viel Dynamik im Ganzen drinnen. Wir sehen Projektmanagement als eine dynamische Disziplin, nicht als etwas Statisches. Wir machen einfach mal einen Plan und dann freuen wir uns, wenn der Plan funktioniert. Sondern da ist viel, viel Leben, viel, viel Anpassung drinnen, genau wie im richtigen Projektmanagement leben. Ich habe hier noch einen zweiten Balken darunter, einen grünen Balken, Mentored Self-Directed Learning. Das heißt, hier würden die Teilnehmer, die künftigen Kandidaten noch mal selber lernen, Mentored unter Führung einer Person, die bei Problemen zur Seite steht, die Fragen beantworten kann. Und es ist klar, wer bei mir im Seminar war, für den bin ich dann auch dieser Mentor. Ganz kurz eine Zwischenfrage. Wird es in absehbare Zeit eine neue Auflage des PMBOK Guide geben? Die Frage kann ich tatsächlich gut beantworten, weil im Moment bin ich im Gespräch mit den Leuten beim PMI, die die Entwicklung des nächsten PMBOK Guide in Angriff nehmen werden, die da als Core-Team arbeiten werden. Und eventuell ist er nicht sicher. Also ich spreche jetzt wirklich sehr, 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 sehr im Konjunktiv. Aber eventuell werde ich da auch dabei sein, das mitzuentwickeln. Dieses Team wird sich im Sommer formieren. Wer jetzt weiß, wie viel Zeit bei uns ins Land geht, bis so ein Ding geschrieben, neu geschrieben, umgeschrieben worden ist, bis es dann durch mehrere Prüfungsstufen Reviews durchgeht, auch Reviews von Experten. Und die sind zum Teil öffentlich, diese Reviews. Ähm, ich würde mal ganz, ganz vorsichtig das Jahr 2022, äh, 21, 22 vielleicht nennen. Da ist es wahrscheinlich, dass das stattfinden wird. Ähm, sollten sie doch ein bisschen schneller sein, was ich nicht glaube. Oder sollten sie länger brauchen. Das ist genauso möglich. Also im Moment würde ich es ganz, ganz vorsichtig sagen. Aber ich denke, 2022 wäre so das Jahr, wo ich es eher erwarten würde. Eher auch als in 2021. Was ist beim Nachweis der Erfahrung relevant? Kann hier auch Erfahrung in Projektmitarbeit ausgewiesen werden? Oder muss es sich hier ausschließlich um Erfahrung in der Rolle eines Projektmanagers handeln? Wir kommen gleich auf das Thema zurück. Tatsächlich, ähm, die de facto Rolle Leading, Directing, also das Führen, das Anleiten. Es geht um organisatorische Tätigkeiten. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn Sie in einem Softwareprojekt gewesen sind und haben Softwareentwickler oder irgendwelche Softwareingenieure, Implementierer angeleitet. Das würde hier drinnen reinpassen. Die Zeit, die Sie vielleicht selber damit zugebracht haben, Code zu schreiben oder irgendwas zu implementieren, wo Sie in Anführungszeichen produktiv tätig waren, wo Sie nicht organisatorisch tätig waren, diese Zeit gehört hier nicht mit rein. In vielen Projekten sind Projektmanager in so einer Doppelrolle drinnen. Da sind Sie zum einen Teamführer, Teamleiter, aber im anderen Moment, im nächsten Moment sind Sie manchmal Ihre besten Teammitglieder. Ob das unbedingt gut ist, ist eine andere Frage, aber das ist einfach die Realität. Also die Zeit, die man mit organisatorischen Aufgaben befasst war, die gehört hier rein. Die Zeit, die man mit eher technisch-fachlichen Aufgaben befasst war. Aber das gehört hier nicht rein. Ich weiß aus meiner eigenen Praxis, ich hatte genau die gleiche Problematik damals, das ist manchmal schwer zu trennen. Es ist manchmal schwer zu sagen, jetzt bin ich gerade mein Projektmanager oder jetzt bin ich gerade mein eigenes Teammitglied. Wir haben immer so ein bisschen die Idee mit den zwei Hüten, die man dabei hat, aber häufig hat man so einen Mischhut irgendwie auf. Also ich weiß, wie schwierig das sein kann, aber trotz alledem, die Idee dahinter, das Ziel sollte sein, organisatorische Aufgaben, Aufgaben, die Zeit, die man damit verbracht hat, die hier einzutragen. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig beantwortet. Wenn Sie mir ein kurzes Ja oder Nein dazu vielleicht nochmal reinschreiben, das wäre mir ganz recht. Und beim Nein, falls da noch was offen geblieben ist, weil das ist eine komplizierte Frage tatsächlich. Das hat auch sehr viel mit dem Selbstverständnis von Projektmanagern zu tun. Um was geht es denn bei dem, was wir machen? Es geht um die organisatorische Sicht. Das heißt nicht, dass die technisch-fachliche hinten runterfallen kann. Die spielt immer noch eine Rolle. Aber unser Thema hier ist der organisatorische Aspekt da drinnen. Ich gehe nochmal kurz zu diesem Mentored Self-Directed Learning zurück. Self-Directed in Eigenregie. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass Sie nach diesem Seminar fit für die Prüfung sind. Sie werden, hoffe ich, sich noch selber weiter vorbereiten. Das wichtigste Werkzeug dafür, das sind Prüfungsfragen. Ich werde Ihnen zeigen, wo Sie auch kostenlos, da müssen Sie kein weiteres Geld für ausgeben, wie Sie an Prüfungsfragen, ich muss es konkret sagen, an Testfragen, die ähnlich der Prüfung sind. Keine davon ist wirklich echt. Die echten Prüfungsfragen werden von PMI geheim gehalten. Aber ich werde Ihnen zeigen, wie Sie an die rankommen. Und was auch noch wichtig ist dabei, an dieser Stelle nicht nur Oliver Lehmann-Fragen zu haben. Einer der Anbieter im Internet, ich will jetzt nicht sagen der produktivsten Anbieter, aber einer, der doch eine gewisse Bedeutung hat, bin doch auch durchaus ich und ich habe da recht viel im Internet. Aber ich hätte ganz gerne, dass Sie auch andere Quellen nutzen. Der Hintergrund ist der, die echte Prüfung wird von Hunderten von Leuten geschrieben. Und jetzt bin auch ich natürlich nur eine Person, ich habe meinen Sprachstil, ich habe meine Meinung zu bestimmten Dingen. Die muss nicht Übereinstimmung mit der Meinung, die andere vielleicht dazu haben. Ich kann auch sehr schlecht gegen meine eigene Meinung schreiben. Das fällt mir irrsinnig schwer. Andere, die eine andere Meinung haben, die haben da natürlich gar kein Problem damit. Also es geht auch darum, hier eine Vielzahl von Quellen zu nutzen, ohne dass Sie sich jetzt deswegen kostenmäßig verausgaben. Also ich werde Ihnen zeigen, wie Sie auch an das rankommen, was andere geschrieben haben. Übrigens machen die das genauso mit ihren Teilnehmern. Auch die haben Seminare, auch die haben Teilnehmer. Und die sagen genauso, geht mal beim Oliver Lehmann rein, geht mal bei dem, geht mal bei jedem rein. Und dann schaut mal, wie der das Ganze sieht oder wie die Person, die damit das Ganze sieht. Sodass man einfach eine gewisse Vielfalt an Meinungen bekommt, die halt auch sehr typisch ist für das PMI. Mentor trotz alledem. Es ist eine Person da, auf die Sie zurückgreifen können, wenn Sie was nicht verstehen. Wenn auch mal Aussagen im Widerspruch sind, die Sie irgendwo finden. Dann haben Sie jemanden, der Ihnen helfen kann, diesen Widerspruch aufzulösen und sich da drinnen zurechtzufinden. In der Prüfung nachher wird alles vermutlich deutlich klarer sein. Aber diese Vielzahl von Stilen und von Meinungen, die ist natürlich auch in der Prüfung ein bisschen zu finden da drin. Dieses Mentored Self-Directed Learning, meine Empfehlung inklusive dem Lesen dieses Buches, das Pimper Guide, sollte man sich etwa 100 Stunden vornehmen. Nach meiner Erfahrung, wenn man so etwas nebenher in einer halbwegs normalen Arbeitsprojektsituation macht, ist es ganz gut in fünf Wochen zu schaffen. Ich habe auch Teilnehmer gehabt, die haben es nicht in fünf Wochen geschafft. Und dann hat es im Projekt auf einmal gebrannt. Und dann wird selbstverständlich die Prüfungsvorbereitung nach hinten gestellt. Dann ist das Projekt die Priorität. Das ist unser Job einfach. Andere hatte ich im Seminar, die waren zwischen zwei Projekten, die hatten gerade mal eine ruhige Phase. Ich hatte ja schon öfter Schwangere übrigens im Seminar, die das dann einfach in der Zeit gemacht haben, in sehr, sehr Mutterschutz waren. Die hatten natürlich wunderbar viel Zeit da dafür. Ich hatte eine Teilnehmerin mal, die hat die Prüfung abgelegt und am Tag drauf ihr Kind gekriegt. Das war schon auf den allerletzten Drücker gewesen. Also die brauchen keine fünf Wochen, wer wirklich viel Zeit hat. Der schafft das natürlich deutlich schneller. Die fünf Wochen sind so ein Durchschnittswert. Das heißt, man kann rechnen zwischen Seminar und am Ende der Prüfung. So grob eine, eineinhalb Monate ist eine Zeit, die eine ganz vernünftige Zeit ist. Ich hatte Teilnehmer gehabt, die haben es schneller gekonnt, die haben es schneller geschafft. Kann man auch schaffen. Mein Rekordhalter am anderen Ende war mal neun Jahre. Zwischen meinem Seminar und seiner Prüfung sind neun Jahre vergangen. Und um gleich noch das Klischee komplett zu machen. Das war noch in der Schweiz. Das nächste, wenn Sie Ihre Eligibility haben, wenn Sie sich in Ihren ganzen Studien mit Pimper Guide, mit dem Buch und mit Beispielfragen, wenn Sie sich da fit fühlen, wenn Sie von den Beispielfragen auch die Geschwindigkeit mitgenommen haben, die Fragen schnell zu beantworten. Deswegen brauchen wir diese Stunden auch einfach, um Routine dazu zu bekommen. Vielleicht auch mal eine Wissenslücke noch identifiziert haben, die noch gefüllt haben. Wenn Sie einfach gut fühlen dabei und sagen, jetzt kriege ich es hin. Wenn Sie da auch bemessen können, dass Sie gut genug sind. Auch darum brauchen wir diese Beispielfragen. Dass Sie messen können, bin ich fit für die Prüfung oder bin ich es noch nicht. Wenn Sie das alles haben, dann gehen Sie zu diesem Dashboard nochmal und da können Sie sich für die Prüfung direkt einschreiben, registrieren. Diese Prüfung findet in einem Testcenter statt. Im Moment ist es ein Prometric Testcenter. Ich komme gleich darauf zurück, dass es da einen Wandel demnächst geben wird, nächsten Monat bereits. Dann wird der Konkurrent das Ganze machen, Pearson Vue. Das findet jetzt gerade statt. Für uns als die, die mit Prüfung zu tun haben, kein echter Unterschied. Der Prozess bleibt der gleiche. Der einzige Unterschied ist der, Prometric Prüfungszentren hatten wir in Deutschland vier Stück. Bei Vue bekommen jetzt 150. Also die Dichte nimmt zu und der Weg zum nächsten Testcenter wird auch ein deutlich kürzerer Weg sein wahrscheinlich für Sie. Bisher ist es hier in München bei uns, gar nicht weit weg, wo wir immer sitzen, nähe vom OEZ. In Frankfurt, in Hamburg und in Berlin. Es wird dann wie gesagt 150 Testcenter geben. Wer also nicht gerade in diesen vier Städten ist, für den wird das ein erheblicher Vorteil sein. Ab Juni das Ganze. Wir kommen gleich noch auf das Thema zurück. Und dann setzen Sie sich da rein, machen vier Stunden lang Computertest, Multiple Choice. Vier Antwortoptionen für jede Frage. Das mag jetzt einfach klingen. Und naja, so was mache ich doch. Setze ich doch auf der linken Backe ab oder so. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein schwieriger Test. Lassen Sie sich da nichts anderes erzählen. Prägenschnitt ist auch eine schwierige Aufgabe. Es ist ein schwieriger Beruf. Und entsprechend haben wir auch einen schwierigen Test. Aber gut vorbereitet wird er Ihnen nicht mehr ganz so schwierig vorkommen. Und ich denke, Sie werden ihn am Ende schaffen. Hier etwas zu den Voraussetzungen, dass man zur Prüfung zugelassen wird. Hier gibt es zwei Gruppen an dieser Stelle. Sie unterscheiden sich nur in diesen Zulassungskriterien. Alles andere ist identisch für diese beiden Gruppen. Die obere Reihe, Secondary Degree, das ist bei uns ungefähr die Fachhochschulreife. Also ein zwölfjähriger Schulabschluss gilt an dieser Stelle. Wenn eine entsprechende berufliche Laufbahn dahinter ist, ist es uns auch schon mal gelungen, dass wir Leute mit mittlerer Reife da reingebracht haben, weil die einfach belegen konnten, dass sie das in ihrem Lebenslauf wieder aufgeholt haben. Aber eigentlich ist die Grenze hier das Highschool-Diploma. Und Highschool ist nicht unsere Hochschule, sondern ist unser Gymnasium. Und ganz genau genommen ist es auch nicht das 13-Jährige, sondern das 12-Jährige. Das, was wir bisher so mal als Fachhochschulreife hatten, das ist hier drin so ein Mindestanspruch. Man muss zusätzlich Erfahrung in Projektmanagement, PMI erst einmal mitteilen und im Falle eines Audits dann auch belegen. Im Falle dieses Secondary Degree mindestens fünf Jahre, 60 Monate, die man in Projektmanagement zugebracht hat, die man damit zugebracht hat. Und innerhalb dieser mindestens 60 Monate 7500 Stunden, die man damit befasst hat, war. Das heißt, wenn ich nochmal das Beispiel des Projektmanagers oder Projektmanagerin nehme, das ich vorhin genannt habe, wo jemand gleichzeitig sein Projektmanager und sein eigenes Teammitglied ist, Sie rechnen die Stunden aus der Teammitgliedszeit hier raus. Wenn Sie sagen, das war etwa 50-50, dann nehmen Sie die Hälfte Ihrer Arbeitszeit, die da drinnen war. Das Ganze muss sich insgesamt über mindestens 60 Monate erstrecken. Die müssen auch nicht am Stück sein. Sie können mal zwei Jahre gearbeitet haben, dann haben Sie ein halbes Jahr was anderes gemacht oder waren arbeitslos vielleicht auch mal und dann kam wieder das nächste Projekt. Völlig normaler Lebenslauf im Projektmanagement, dass man es nicht dauernd macht. Aber insgesamt müssen sich diese Monate auf 60 Monate aufaddieren und innerhalb dieser 60 Monate muss man 7500 Stunden mit Projektmanagement zugebracht haben. Und noch eines der Nachweiszeitraum für das Ganze sind acht Jahre. Also wir haben jetzt Mitte 2019, was man Anfang 2011 gemacht hat, kann man hier nicht mehr reinbringen. Was man Ende 2011 gemacht hat, das kann man hier dann aber sehr wohl wieder reinbringen. Da ist einfach so ein Cut an dieser Stelle. Außerdem brauchen Sie noch die 35 Kontaktstunden Ausbildung und das ist, wie gesagt, das, was wir in diesem Seminar liefern. Wir schauen tatsächlich sehr genau darauf, dass wir diese 35 Stunden auch einhalten. Deswegen gibt es auch ein fünftägiges Seminar. Das kann man sehr gut auf fünf Tage verteilen. Ich erlebe ab und zu, dass versucht wird, das auf vier Tagen zu machen. Es ist eine fürchterliche Quäherei für die Beteiligten. Die fünf Tagesversion, diese sieben Stunden am Tag, die sind schon heftig genug. Jetzt schlagen wir noch mal da was oben drauf. Die Leute werden definitiv überfordert. Wir haben eine zweite Gruppe, das ist die untere. Bachelor's Degree or Global Equivalent. Das ist also ein Bachelorabschluss. Gerne auch ein Bologner, ein europäischer Bachelor da drinnen. Übrigens, was kaum einer weiß, aber in Deutschland ist der Meisterbrief inzwischen dem Bachelor gleichgestellt worden. Also auch jemand, der einen Meisterbrief hat, der wird hier tatsächlich akzeptiert. Da haben wir schon einige Leute hier durchgebracht, beim PMI waren die etwas überrascht, hätten keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Und nochmal bewiesen, dass das bei uns dem Bachelor gleichgestellt ist und damit waren die Leute auch tatsächlich in der zweiten Gruppe drin. Vorteil der zweiten Gruppe, man braucht nicht mehr so viel Erfahrung, die man belegt, nur nach 36 Monaten über 4.500 Stunden. Und auch dieses in einem Nachweiszeitraum von 8 Jahren und man braucht die 35 Kontaktstunden. Sollte jemand, der Zuhörer nicht genau wissen, wo man sich einordnen soll, dann würde ich bitten, das mal offline nachzufragen. Also ich helfe da auch ganz gerne bei dieser Einordnung. Ich glaube, da kommt wieder eine Frage. Ganz kurz, wie lange darf das PM-Seminar zurückliegen, also die 35 Kontakte? Da gibt es tatsächlich keine Grenze dafür. Also rein theoretisch könnte es auch 30 Jahre zurückliegen. Wer vor 30 Jahren mal 35 Kontaktstunden im Studium an der Uni gemacht hat, der kann damit tatsächlich diese 35 Stunden decken. Ob er mit unserer heutigen Prüfung zurechtkommt, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil es hat ja noch eine zweite Aufgabe, das Seminar, Sie auf die Prüfung vorzubereiten. Aber ganz grundsätzlich, rein vom Formalismus beim PMI her, diese 35 Stunden kann man auch woanders her mitnehmen. Es muss halt ein bisschen was zu tun haben mit unseren sogenannten Wissensgebieten und Prozessgruppen. Da gibt es ein bisschen Fragen. Und PMI fragt eventuell auch noch nach, was zeichnet denn den aus, der das Ganze gemacht hat. Also eine typische Frage in so einem Audit ist, da war doch der und der, der Trainer oder die und die Dame, die Trainerin, was qualifiziert denn die Person, dich zu trainieren? Was gibt es denn da dabei? So eine ganz klassische Auditfrage hier. Wie sieht es mit dem Diplom-Ingenieur-Abschluss aus? Welche Zuordnung? Ja, sowohl Diplom-Ingenieur wie Diplom-Ingenieur FH ist bei der unteren Gruppe drinnen. Diese Four-Year-Degree, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Man stellt sich einfach vor, man hat den zwölfjährigen Bildungsabschluss und hat darauf nochmal ein Studium gesetzt. Also unsere Bachelor's-Degrees, die werden auf jeden Fall anerkannt. Die sind gar kein Problem dafür. Diese Four-Year-Aussage ist eher eine sehr amerikanische Aussage an dieser Stelle für deren System. Auch wie oben drüber zum Beispiel bei der oberen Gruppe, Associate Degree, mit dem fangen wir bei uns überhaupt nichts an. Das ist ein Assistentenabschluss eigentlich. Das kriegst du da, wenn du vom College kommst. College haben wir ja gar nicht in dieser Form. Also es ist immer schwierig, da international die Bildungssysteme zu vereinheitlichen. Da tut sich auch PMI nicht ganz leicht. Aber wie gesagt, ich bin an dem Thema seit vielen Jahren dran und ich weiß, was akzeptiert wird und was nicht akzeptiert wird. Einstieg in die Vorbereitung, wie gesagt, unser Vorbereitungsseminar. Sie bekommen von uns den Pimper Guide gestellt. Sie bekommen ein Handout, das ist ein richtiges Buch, das hat über 600 Seiten und weitere Materialien. Und dann diese weiteren Aktivitäten, das ist dann das untere hier. Ein großer Vorteil vom Computertest, der Computertest hat Vor- und Nachteile, aber ein großer Vorteil, den er hat, ist, sie verlassen das Testcenter und sie sind in diesem Moment zertifiziert. Oder auch nicht, wenn sie es nicht schaffen. Es gibt auch Leute, die es nicht schaffen, haben sie sich nichts vor machen. Zum Glück übrigens, die gehören auch dazu. Ich habe jetzt gerade so eine Dame gehabt, keine Teilnehmerin von mir, aber die hat mir gerade mitgeteilt. Oliver, ich habe es auf den zweiten Anlauf geschafft und die ist so happy. Also die meisten schaffen es halt auf den zweiten Anlauf. Meine Teilnehmer, allermeisten auf den ersten Anlauf. Ein Hintergrund ist, ich zeige denen, wie sie bemessen können, ob sie fit für die Prüfung sind. Das bringt schon enorm viel da drinnen. Man ist wirklich im Moment, wo man das Testcenter verlässt, ist man zertifiziert. Man muss ja nicht noch warten, bis irgendwelche Assessoren sich auf irgendwelche Ergebnisse geeignet haben, geeinigt haben. Das geht sofort. Man geht, wenn man hier bei uns in München ins Testcenter geht, geht man schliessen ins OEZ, ins Café rein und aktualisiert sein Xing und LinkedIn-Profil und so. Und ist da sofort dabei. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Das hier ist das Dashboard. Ich will da nur einen kurzen Blick einfach mal rein zeigen, was da alles von einem verlangt wird und wie man aber auch geführt wird. Wir sehen rechts diese grünen Häkchen. Wenn man irgendwas fertig hat, dann steht da Completed. Und wenn alles Completed ist und da gibt es auch eine Checkbox, das ist alles genau und komplett, dann kann man diese Anmeldung absenden. Das Ganze dann, wie gesagt, ein Computertest, das heißt da hier CBT. Es gibt auch noch einen papierbasierten Test, aber der findet bei uns in Deutschland nicht statt. Also den haben wir hier tatsächlich nicht. Rechts sind die Gebühren. Wir sehen, der Rabatt für Mitglieder ist 150 Dollar bei der Prüfung. Die Mitgliedschaft selber kostet 129 Dollar im PMI. Die zahlt sich da also automatisch. Man könnte auch noch in einem Chapter-Mitglied werden. Da wird man ein bisschen über diese 150 Dollar Differenz drüber kommen bei den Mitgliedsgebühren. Ich denke, das Geld ist gut angelegt. Muss jeder für sich selber wissen. Das Gelbe da unten ist noch die Renewal-Gebühr. Wenn man drei Jahre PMP ist, dann muss man seinen Status verlängern. Wie das geht, werde ich nachher noch ein paar Takte dazu sagen. Hier mal einen Blick in so ein Testcenter rein. Also es geht sehr sachlich da drinnen zu, sehr lustlos. Da wird man vier Stunden zubringen. Sind die Prüfungsfragen alle auf Englisch oder gibt es auch andere Sprachen? Es gibt zu der Prüfung eine deutsche Übersetzung. Und meine Empfehlung ist, wer die deutsche Übersetzung als hilfreich empfindet, sollte sie verwenden. Wer sagt, ich bin zwar etwas besser vielleicht im Verstehen, aber ich werde zu langsam. Die kostet mich einfach Zeit. Dem würde ich empfehlen, das ohne deutsche Übersetzung zu machen. Nur in Englisch. Auf die Gefahr in ein, zwei Fragen sind falsch. Aber man ist einfach sehr viel schneller da drinnen. Das ist eine Geschmackssache. Das ist eine Frage, wie gut die Englischkenntnisse sind. Ich habe meine Prüfung damals nur in Englisch durchgeführt. Und das fand ich also ganz angenehm, da einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber nochmal, wenn es in Englisch nicht ausreicht, Sie kriegen alle Unterstützung, die Sie brauchen, das Ganze auch in Deutsch durchzuführen. Und für die Übersetzung, für die Prüfung gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Ich meine, es auch für unser Handout gibt es eine deutsche Übersetzung. Für den Pimper Guide gibt es eine deutsche Übersetzung. Also wer es braucht, kriegt jede Hilfe von uns. Wer es nicht unbedingt braucht, dem würde ich empfehlen, da eher darauf zu verzichten. Und die Zeit zu gewinnen, die in der Prüfung eine Rolle spielt. Prüfungszeit ist einfach begrenzt. Blick ins Testcenter. Wie gesagt, man kann es auch mit der deutschen Übersetzung haben. Basisdokumente, die eine Rolle spielen für die Prüfung. Dieses ist die sogenannte Examination Content Outline. Ein Syllabus, ein Prüfungsinhalt. Übrigens für unser Seminar auch der Seminarinhalt. Wir folgen diesem Buch. Da ist beschrieben, was kann alles in der Prüfung vorkommen. Und das Seminar ist so entwickelt, was müssen denn die Teilnehmer wissen, damit sie Fragen, die dazu dann entstehen können, die dazu geschrieben werden, auch beantworten können. Das zweite und unser schwierigstes Dokument ist der Pimper Guide, den ich schon angesprochen habe. Der ist schon ziemlich dick. Und es tut mir leid, man muss ihn auch mal durchlesen. Er ist nicht angenehm zum Lesen. Keine Lektüre am Strand oder so im Urlaub. Aber trotzdem ganz hilfreich. Und wie gesagt, nach dem Seminar wird es auch etwas leichter. Und dann habe ich noch ein weiteres hier. Das ist nicht allen vertraut. Das ist der Code of Ethics and Professional Conduct. Wir haben einen Verhaltenskodex beim PMI. Und auch der ist prüfungsrelevant. Und tatsächlich. Also auch den sollte man sich antun an dieser Stelle. Übrigens das am leichtesten lesbare Dokument. Und ich persönlich bin sehr stark so ein Ethikmensch auch. Ich mag ihn unheimlich gern. Er ist toll geschrieben. Und er ist auch für einen Projektmanager einfach ein toller moralischer Kompass an dieser Stelle. Dann haben wir noch das Handout. Das ist dieses hier. Das Handbuch für die Teilnehmer. Da sind Beispielfragen drinnen. Sie bekommen weitere Beispielfragen von mir. Wie gesagt, über das Handout hinaus. Templates bekommen sie von mir. Und viele sonstige Materialien, die man noch verwenden kann. Also es ist wirklich viel, viel dabei. Was man einfach hier drinnen noch nutzen kann. Dieses hier ist ein Beispiel. Wie so eine Prüfungsfrage nachher aussieht. Sie wird nicht ganz, ganz genau so aussehen. Das ist ein Simulator, der das Ganze nachbaut. Also Schriftarten und so weiter werden anders aussehen. Aber grundsätzlich so sind diese Fragen aufgebaut. Viele Fragen sind sehr wortreich. Also wir haben lange Fragen zum Teil mit langen, langen, situativen Texten. Wie gesagt, wer die deutsche Übersetzungshilfe braucht, der wird die dann auch tatsächlich zu schätzen wissen da drinnen. Wenn jemand nicht weiß, was das für ein Ding ist, die Frage ist ja, was ist das eigentlich? Das ist ein Entscheidungsbaum, ein Decision-Free an dieser Stelle. Auch der taucht im Pimper Guide mal auf. Das hier beantwortet nochmal die Frage nach den Sprachen. Ja, wir haben Sprachhilfen in der ganzen Menge von Sprachen, Deutsch unter anderem auch dabei. Also wer sie nutzen möchte oder wer glaubt, dass sie für ihn hilfreich ist, bitte nutzen. So sieht man am Ende der Report, aus dem man bekommt, da ist unten noch viel, viel Blabla drunter. Das habe ich hier alles mal abgeschnitten. Weil das, was einen interessiert, ist eigentlich nur ein einziges Wort da drinnen. Das ist das Pass, da möchte man kein Fail haben, da möchte man ein Pass haben. Der, der dieses hier gemacht hat, ist on target, you, das sehen wir hier im grünen Bereich. Ich kriege auch immer nochmal mit Leuten, habe mit Leuten zu tun, die above target sind, die gibt es natürlich auch. Wer below target, also der needs improvement, der ist natürlich auf der Fail-Seite, der hat die Prüfung nicht geschafft. Man darf sie maximal zwei weiteren Anläufen probieren, wenn man es nicht schafft. Im zweiten Anlauf schaut es eigentlich fast jeder. Und so sieht dann das Zertifikat aus. Was man Amerikanern einfach lassen muss, ist, bei denen sehen die Zertifikate klasse aus. Super dekorativ, über dem Schreibtisch und am Markt halt auch sehr, sehr gefragt. Noch kurz was zu den Änderungen. Wir haben ab Juni, Juli 2019 statt Thompson Prometric hat, haben wir jetzt die Pearson View. Und hier ist noch die andere Änderung, diese Examination Content Outline wird Ende des Jahres erneuert. Ich möchte empfehlen, vorher die Prüfung abzulegen, wenn man für die bisherige geschult worden ist, ausgebildet worden ist. Die Änderungen können erheblich sein. Was es im Detail sein wird, werden wir im Juni erfahren. Dann kommt die neue raus. Bis dahin ist da noch alles geheim. Also zwei große Änderungen in diesem Jahr. Und dann noch das Thema Statusverlängerung. Sie müssen Punkte sammeln, wenn Sie PMP sind. Alle drei Jahre muss man Punkte sammeln. Heute noch kein großes Thema für Sie. Sie müssen erst mal PMP werden. Aber wenn Sie soweit sind, geht diese Punktesammelei los. 60 PDUs. Die kann man zum Beispiel bei der Project Group sammeln, indem man immer in irgendwelche anderen Seminare reingeht, wie zum Beispiel Microsoft Project, Project Server, SharePoint und was auch noch alles hat. Es muss halt Projektmanagement Bezug haben. Hier noch die Links, die für Sie wichtig sind nach dieser Sitzung. Das linke ist das PMI. Da hat man Zugriff auf diesen ganzen Anmeldebereich beim PMI. Und rechts ist der Bereich, in dem die Project Group ihre Seminare anbietet, da Sie uns ohnehin über die Webseite von Project Group gefunden haben. Der rechte Teil ist auf jeden Fall der einfache. Links ist aber auch nicht schwer zu finden. Woher weiß man, welche Zertifizierung für mich die beste ist? Ich denke, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage auch wirklich ist. So one size fits all, das muss hier auch nicht gelten. Also man kann durchaus in einer sehr speziellen Situation sein, wo das, was wir anbieten, nicht das Optimale ist. Man kann aber auch in einer Situation sein, wo wir einfach das beste Angebot haben. Also einfach, wenn ich mehr über die Person weiß und ihre Arbeitslebenssituation, dann kann ich dazu was sagen. Stehe ich gerne zur Verfügung. Ich nehme an, Sie haben die E-Mail-Adresse von mir. Oder an die TPG schicken und die leiten es dann an mich weiter. Das geht genauso. Gilt die Leitung eines PMO für einen anderen Programmmanager als PM-Erfahrung? Grundsätzlich erst mal nein. Grundsätzlich erst mal nein, weil man ja auf einer operativen Ebene tätig ist im PMO und nicht auf einer Projektmanagement-Ebene. Tatsächlich aber, wenn ich mir dann ein bisschen genauer anschaue, was die PMO-Leute so machen, dann kommt wieder ganz, ganz viel mit Projektmanagement zusammen. Und da wäre auch meine Empfehlung einfach, da müssten wir genauer reinschauen in die eigene Historie, in das, was man gemacht hat. Und in den allermeisten Fällen, die ich so hatte, haben die Menschen mehr mit Projekten und Projektmanagement gemacht, als sie sich selber oft bewusst sind. Es geht ja auch nicht um die formale Rolle da drinnen, sondern es geht um die de facto Rolle. Was war man wirklich? Ich habe in meiner Zeit als Praktiker nie den Titel Projektmanager gehört und ich habe es aber auch gemacht. Und ich begegne auch immer wieder Leuten, da steht Projektmanager auf der Visitenkarte, wenn man dann schaut, was die machen. Sie sind nicht Projektmanager. Also es geht um die de facto Situation, um das, was man tatsächlich tut, nicht um das, was auf der Visitenkarte steht. Was ist der wesentliche Unterschied von der PMP zur IPMA? Zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, bei einem PMI machen wir den reinen Computertest hier. Die Kollegen von der GPM, von der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement, haben dafür einen Assessorentest. Beide Herangehensweisen haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Assessorentest hat den Vorteil, dass man Fragen stellen kann, die bei uns gar nicht so gefragt werden können. Auch mal eine Nachfrage stellen kann, eine zweite, dritte Frage hinterher schicken kann. Das gibt es bei uns in dieser Form nicht. Vorteile, die wir dafür haben, ist, man ist sehr, sehr schnell zertifiziert. Man hat die Prüfung hinter sich und weiß, man hat es geschafft. Oder auch nicht, leider. Aber man weiß es halt sofort. Man wartet nicht erstmal lange Zeit, bis man von den Assessoren die Ergebnisse bekommt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, wo wir uns unterscheiden. Wir sind international identisch. Die GPM ist Teil der IPMA. Es gibt in der Schweiz, weil die Schweizer Projektmanagement, SPM-Verband, die haben wieder eine eigene Prüfung da drinnen. Gilt auch alles als IPMA-Prüfung. Aber es ist halt eine andere Prüfung. Ich kann jetzt nicht einfach als deutscher Trainer jemanden in der Schweiz mit vorbereiten, weil es eine andere Prüfung ist, auf die die sich einlassen. Ich muss mich ja erst schlau machen und kundig machen. Beim PMI ist das alles international einheitlich. Und gerade wenn für jemanden dieses international Einheitliche eine ganz, ganz große Rolle spielt, da denke ich, da sind wir die erste Wahl. Wenn ihr das Nationale eine Rolle spielt, dann würde ich wahrscheinlich eher die GPM bevorzugen. Sofern alles andere passt. Letzte Frage hier. Gibt es auch eine PMO-Zertifizierung oder beinhaltet dies die PM-Weiterbildung? Es gibt beim PMI eine eigene Zertifizierung für den Portfolio Management Professional. Als PMO-Mensch ist man ein Portfolio Management Professional. Darum geht es ja in der PMO-Arbeit. Die Zertifizierung ist relativ exotisch und es gibt auch kaum Trainer im Moment bisher dafür. Ich bin im Moment beim PMI selber aktiv, dafür zu sorgen, dass wir hier auch einfach mal mehr, auch quantitativ einfach, mengenmäßig mehr an Ausbildungsmöglichkeiten den Leuten anbieten können. Das ist sicher nicht eine Schwäche, die es da noch gibt. Der PFMP ist das, was für das PMO die eigentliche Heimat-Zertifizierung wäre. Aber der Aufwand ist halt auch relativ groß und man muss es halt erst mal auch selber verkaufen. Wenn man ein Unternehmen reingeht und sagt, ich habe die Zertifizierung, dann werden die fragen, okay, und was ist das denn eigentlich? Beim PMI ist diese Frage schon sehr selten geworden. Das muss kein Nachteil übrigens sein. Es kann auch ein Vorteil sein, dass man so als der Pionier rüberkommt und Dinge erzählen kann, die andere nicht erzählen können. Also es ist sicherlich ein interessantes Zertifikat. Es ist deutlich teurer, deutlich zeitaufwendiger und auch da gibt es dann wieder Assessments mit drinnen. Also muss ich darauf einstellen, dass die Gesamtzeit, die man da drin investiert, deutlich länger ist und bis man dann die Ergebnisse zurückbekommt, dass das auch länger dauert. Beim PMP ist es ein bisschen knackiger einfach.